Alle 7 Leute, geh rüber und schreibst Hashtag Clash Games Hallo Niklas, hallo Olmi, hallo Muro Oh mein Gott Was Oh mein Gott Oh mein Gott, danke für die ganzen Follos Alter, oh mein Gott, danke Elias Danke nochmal Elias Danke, danke, oh mein Gott Clash Games Oh mein Gott Danke TheKillerCrafter für deinen Follower auf Youtube Hallo Jay, hallo Elias, hallo Lars Hallo, oh mein Gott, ich kann alles nicht mehr vorlesen Ihr könnt gerne dabei bleiben Wir spielen auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter Wir werden auf jeden Fall jetzt aktiv sein Tut mir leid für die Qualität Ich werde auf jeden Fall, danke nochmal für eure ganzen Follos Bitte mich grüßen Yo, ich grüße Dominik Halley Alter, die ganzen Follos rasseln nur so rein Danke Diolix Für deinen Follower auf Youtube Danke TheGames Hallo Lenso 900 Abos, was? Nein, das ist jetzt Das ist auch ein Scherz, oder? Nein Was? Was? Oh mein Gott, dankeschön Dickes Danke an Clash Games Vielleicht Oh mein Gott, alter Oh mein Gott Wird auf jeden Fall Zeit für ein neues Mikro, oder? Jaja, auf jeden Fall Oh Nein, ich bin untergefallen Spielst du auch Brawl Stars? Ich könnte mal gerne, wenn ihr wollt, eine Runde Brawl Stars Ich hoffe, euch geht's gut soweit Ich hoffe, ihr könnt den Stream trotzdem schauen, auch wenn's nicht die beste Qualität ist Brawl Stars 8973 Grüß dich Playst du im Livestream Brawl Stars Yo, Clash Royale such dich, grüße dich Kennst du Brawl Stars? Natürlich kenn ich Brawl Stars Nur noch 65 Abos Dann hast du die 1K Leute, lass mir jetzt alle ein Abo da Hoffentlich schaffen wir das noch Kennst du Aresol, oder Lars oder so, oder It's Chissi? Yo, ich kenn die alle Ich hab... Chaos Pro hab ich damals... Ne, Chaos Pro nicht Ich habe Aresol damals sehr heftig geschaut Und auch ConCrafter Also damals, als er noch nice war, find ich Auf jeden Fall, ohne Gedanke für's grüßen Nices Video, Emil kannst du meinen Namen sagen Äh, ja, Emil WTF, warum so viel Spenden? Kam gerade Spenden rein? Äh, ne, ich wurde grad von, 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 von Clash Games gepolt Kann ich auf jeden Fall gern mal machen, wenn ihr Bock habt Och, Mann Ja, Mann